Ich bin so ein Problem. Und ich bin so ein Problem. Ich bin so ein Problem. Aber ich bin so ein Problem. 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 Hi, jetzt der Dado! Der Fiete möchte was sagen, dann muss ich still sagen. Hallo! Die Glocke habt ihr schon gehört? Immer wenn diese Glocke läutet, kommt nicht nach vorne. Weil ihr habt ja schon gemerkt, unsere Helfer haben natürlich nicht den ganzen Abend Zeit, dieses Plakat hochzuheben. Deswegen brauchen wir natürlich einen Helfer dafür. Die König brauchen wir später. Der erste Vorsitzende ist gestresst genug. Und deswegen haben wir uns einen Freiwilligen ausgesucht. Der hat auf sich vorhin zugesagt. Und deswegen darf ich... Ich war kurz nach vorne. Der zweite Vorsitzende wird uns heute Abend unterstützen. Es ist eigentlich ganz einfach. Immer wenn die Glocke läutet. Und ich weiß nicht, wie oft das passieren wird. Dann ist deine Aufgabe, egal wo du bist. An der Theke, an der Würstchenbude, beim Karussell fahren, mit deiner Frau irgendwo hinter der Bude am Stusen, egal aus dem Klo. Du hast dann noch eine gewisse Zeit, hier nach vorne zu kommen. Und dann, spätestens wenn wir den Text brauchen, musst du hier vorne sein und den Text holen. Und das gilt jetzt für drei Tage. Und das gilt jetzt für drei Tage. Natürlich würdest du das nicht umsonst machen. Wir haben dir schon jetzt einen kleinen Orden mitgebracht. Es ist unser Felddienst-Orden am Mandel. Kann man immer am Tisch gut gebrauchen, um alle Flaschen aufzumachen. Den darf ich dir jetzt schon verleihen. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für deine Mithilfe. So, lass dich jetzt mal ganz kurz setzen. Und dann werden wir testen, ob das Platz mit dir. Ich muss jetzt schnell auf die Mühle. Wir singen euch jetzt erst einmal vor. Und damit ihr mal so grundsätzlich wisst, wann das kommt, im Stück. Und damit man so ein bisschen hextlicher werden kann. Und anschließend machen wir das dann nochmal zusammen. Also erstmal einmal von uns, für euch, gut zuhören. Und dann, dann ist das auch immer vor. Holka, Holka, Holka! Und nun für den Staféa! Holka, Holka, Holka! Und der Kalle und die Sonja! Holka, 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 Holka! Und wir sind trauenvoll! Holka, Holka! Holka, Holka! Und nun für den Staféa! Holka, Holka, Holka! Wir sind alle da und die Sonja! Holka, hören wir das doch! Holka, Holka, Holka! Wir singen euch das toll, und wir sind trauenvoll! Alle! Na, ok. So, jetzt spielen wir mal und ich höre das hier oben, allein ob das auch laut genug ist. Wenn nicht, dann müssen wir ein bisschen an den Lautstern gerufen. Ja, also, dasselbe Stelle wie gerade, hier vorne aufs Bild schauen. Man konnte sich den Text ja wahrscheinlich auch schon merken. Und dann hören wir mal. Ja, das war schon gar nicht so schlecht. Also, in Frankreich wäre das gut angekommen, aber auf Island wird es bestimmt ein bisschen lauter sein. Also, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen Kraut legen. Wir machen es mal so wie wir gerade. Wir hören uns nur mal das Ganze mit ein bisschen vieles Blech und Schlagzeug anzunehmen. Vielleicht wird es dann schon besser. Also, schenkt euch mal ein bisschen lange. Danke! 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 Hebe fonctionen bisschen Dann schauen wir mal, dass wir es zusammen hinlegen und schaffen uns das Gefühl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.